Ah, ich kann eigentlich... Das sind Erfolge, das sind Erfolge, so. Das war's. Soll ich mir irgendwas kaufen? Nee, ne? Nee, hab ich auch nicht gemacht. Würde ich, glaub ich, jetzt noch nicht. Muss ich jetzt eine ganze Tour durch die Shops machen, oder wie? Hm, eigentlich nicht, ne? Ach, ich glaub jetzt hast... Ich hab jetzt Tarek gefunden. Ah, bei ihm kann ich Fähigkeiten erlernen, bei Tarek. Yes. Mal so ne Frage, ähm... Jep, schieß los. Ähm, was wollte ich sagen? Wenn ich hier, äh... Äh, äh, was wollte ich sagen? Ich weiß es nicht. Du hast es mir... du bist schuld. Okay. Okay. Sieg für Valkion. Manieren sind sehr wichtig. Manieren sind sehr wichtig. Oh, wie ist das schön. Ja? Gut. Das heißt? Ah, gut. Ah, gut. Tadam. Okay. Das waren meine Eltern. Dekosteine. Äh... Dekosteine. Äh... Ich bin jetzt vollkommen auf dem Tritt, aber egal. Ähm... Wo muss ich denn jetzt hin? Dekosteine... Rohherz. Ach... Rohherz, meinst du? Äh, ja, genau. Rohherz. Äh, wo finde ich... Wo kriege ich... Ah! Ach so. Das will ich mal sehen. Ach so. Da hole ich meine Spitzhacke raus. Da fühle ich mich ja wie in Minecraft. Ja. Muss ich das Rohherz abgeben? Ne, ne? Ähm... Nein. Nicht, dass ich wüsste. Ah. Aufregend. Ihr wollt schon gehen? Natürlich will ich gehen. Mit dir möchte ich nichts zu tun haben. Warum kann ich kein Rohherz mehr da rausholen? Ne, weil es Trainingssteine sind. Und... Das würde auch erklären, warum sie immer wieder respawnen. Ja. Ja, auch ein bisschen zu einfach. Jetzt muss ich einmal um den Kreis rumlaufen und irgendwas machen. Darfst du jetzt vielleicht die Learen hochklettern? Ich weiß es nicht. Ich... Ich hab orange Punkte und da steht... Ach, gestohlene Ausrüstung. Ach so, ja. Musst du so ne Horde von Fliegenden... Fliegenden... Keine Ahnung was besiegen. Boah, 300. Kritischen Damage. Das ist doch mal was. Das kriegst du nicht hin, ne? 300 kritischen Damage? Doch, natürlich. Easy. 800 kriege ich sogar hin. Und 2000 auch noch. Ja, der wollte sich... äh... Verkriechen? Aus dem Staub machen, genau. Ah. Das macht der Große immer. So, jetzt rumpfen wir hin ne Pflanze. Was bringt mir das die Pflanzen zurück? So, 4 von 5. Schön. So, jetzt hab ich die Ausrüstung wieder geholt. Nice. Darum passt das ja. Ja. Äh... Ah, da bist du ja. Jo. Du nennst sie ja auch in jedem Spiel anders, ne? Naja, also Wayward hieß ich ja auch... Ja gut, Playstation, ne? PSN und so weiter. Ja gut, das wollte ich jetzt nicht. Und auch in Battlefront. Tjup tjup tjup. In Battlefront hieß es aber mehrere Accounts. Jo. Ja. Ich glaub mit dir unter... Wayward? Ne, warte. Ja, Wayward. Wayward, wie kommst du auf Wayward? Das heißt hartnäckig. Und dickköpfig. Echt? Yep. Ich könnte jetzt sagen, passt zu dir, aber... Dankeschön. Mein Name hat keine weitere Bedeutung. Doch, zu deiner Frisur. Ihr braucht wohl Hilfe. Ja. Für die Föderation. So, was soll ich denn jetzt finden? Was soll ich Deko-Steine finden? Jo. Lol. Tanzen? Wie geb ich denn Tanzen ein? Einfach Tanzen? Tanzen? Ist bei mir auf... Da drauf. Ach, du tanzt? Nein, das ist scheiße. Hm. So. Was muss ich denn jetzt machen? Ich hab keine Quest mehr offen. Echt? Sicher? Doch, Deko-Steine. Wieso, wo müssen wir denn jetzt hin? Oder was? Ich weiß ja nicht, was du für Quests auflässt. Gar keinen, ich hab nur Deko-Steine. Ja, dann musst du auf Deko-Steine klicken und gucken, wo das ist. Dann irgendwo. Ganz am Ende der Map. Ach so, das ist einmal durch die Stadt durch. Dann müssen wir da hin. Dann komm mal mit. Jo. Ich seh dich nicht auf der Karte, das ist ein bisschen blöd. Ah, ich seh dich auch nicht. Gibt es keine Story, oder? Doch. Ja, wir müssen den Planeten hier retten. Wir freuen. Ist die Story. Wovon und warum? Und wird das irgendwie durchs Quest ausgedrückt, oder? Kein Schimmer. So, Deko-Steine. Immer geradeaus. Ach, da hinten. Ach, da hinten. Oder? Ach so, ja. Du musst zu den Steinen und danach die Lianen hoch. Was? Der Stein spricht mit mir? Ach, F um zu klettern. Mit F macht man alles, oder? Ja. Aber die Ranken sehen eh echt ein bisschen schäbig aus, muss ich sagen. Das meinte ich, genau. Und jetzt musst du aufpassen, wenn du oben ankommst, wie sich dein Charakter hoch bewegt. Da kannst du auch bei mir gucken. Ja gut, bei dir ist das nur nicht so, ne? Bei mir war gar nichts. Pass auf, pass auf, ich komm gleich hoch. Wie schmeißt du dich denn hier oben hin? Und wieso kann ein Stein mit mir reden? Warum zerreiß ich die Pflanze? Ich hab mir die Quests nicht durchgelesen. Und das hätte ich nicht gemacht, aber... Hast du's überlebt? Ja. Mit wie viel Leben? Äh, ich glaub, mit gutem wie mit gar keinem. There we go. So. Ich, da hab ich die Verbände jetzt genommen. Ich habe jetzt, äh, 61 Leben. Vielleicht solltest du so ein Fahrt Band nehmen? Warum? Wir haben noch Zeit. Und ich lauf ja auch noch ein bisschen. Und mich, ich muss ja auch noch gegen jemanden campen gerade, ne? Bin ich eigentlich schneller als du? Ich denke nicht, ne? Ja, zu immer. Obwohl, weil wir ein Rennen machen. Komm mal, wir starten jetzt hier vorne, neben der Säule. Okay, dann. Und jetzt... Einfach mal loslassen. Okay, das war jetzt nicht so, ne? Fehlstart. Okay. Okay, du musst dann... Drei... Zwei... Eins... Null. Naja. Ich hab... Ich bin zwar früher gestartet, aber du holst mich wieder ein. Doch, ich hol dich ein. Tatsächlich. Ich bin schneller. Ich bin schneller. Ja. Dafür mach ich 300 Krypte. Da 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 da. Und ich bin nur auf Stufe 6. Ich helfe gern. Ey, das sieht echt elegant aus. Wenn ich dann irgendwo rüberspring und dann... Ah, ich hab nicht genügend Entschloss. Nein, deshalb kann ich nicht springen gehen. Okay. So, wo muss ich denn jetzt? Ich muss zur Lian. Hallo, Lian. Moment. Hä? Oh, Lian. Was möchtest du denn von hier? Terrass. Ich muss zur Terrass. Komm mit. Ja. Ich find die seh eigentlich ganz cool aus. Aber ich kann kein Zeichen. Ah, das kannst du nicht. Tcheehihi. Ah, ich hab Bloody Screen. Immer noch. Ich hab jetzt 300 Leben. Hallo, Herr Rad. Eure Neugierde hat euch noch nicht aufgebracht. Für die Föderation, Trottel. Wo muss ich hin? Ha. Jetzt sollte ich vielleicht den Verband geben. Ne, F1. Jo. Das... Ach so. Wieso muss ich irgendwelche Viecher töten? Auch die Teile schon wieder. Warte mal kurz. Das sind andere... Ne, das sind die gleichen. Nope. Die sind gehörend jetzt. Wow. Hast du das gesehen? 700 Damage gedrückt. Gosh. Was ist denn los mit dir? Oh, du bist Level Up. Ja. Wie? GG. Die. Du weißt, dass die mir nicht mehr angerechnet werden. Was? Die. Die. Das ist die Töte. Weil du sie immer tötest. Ich töte sie nicht. Doch. Ich hab keine Erfahrung bekommen. Die beiden... Die anderen beiden, die wir gerade getötet haben, wurden mir nämlich nicht angerechnet. Mir auch nicht. Grünmetall Ernst. Siebenhundertladen. Siebenhundertladen. Ich muss sagen, der Säcke kommt geil. Also im One on One Fight würde ich dich trotzdem fertig machen bisher. Ja. Du bist ja auf eine... Ne, zwei Fluchen über mir. Ja. Nein, aber das Problem ist, ich bin halt sehr agier. Ich könnte allen deinen Schlägen ausweichen, denke ich. Ne, mal einen Rundumschlag kannst du nicht auch. Ja, das stimmt. Ich hab auch einen Rundumschlag, aber... Ich brauch nur mal einen richtig guten Schlag und dann bist du tot. Wie viele Leben hast du? Ich habe 2700, 2800. Echt? Ach so, komm. 2700, 2800? Ja, 2800. Hä? Was ist das genau für eine Zahl? Warum zwei Zahlen? Also eines für... Ach so. Ne, ach so. Jetzt weiß ich, was du meinst. Das ist, ähm... Dieses Plus 476 ist, was du, glaube ich, durch deine Ausrüstung dazu hinverzugfickst. Nein. Du hast ja... Ach ne, ist das eine Lebensanzeige? Weil ich hab... Genau. Und da rechts daneben steht ja noch eine Zahl. Das ist halt, ähm... Ne, links ist die Zahl, die du mit Rüstung gerade hast. Also zusammen. Das gibt ja auch Leben, manche Rüstung, glaube ich. Und rechts ist die Zahl, die du ohne deine ganzen Sachen hättest. So, wo bist du denn? Hast die Quest schon erfüllt? Äh, warte, ich muss jetzt noch... Manas... Manakasil töten. Ne, Manakristalle sind das einfach nur. Sporenwälde. Spandler, ja, das sind die Teile... Die sind echt lästig. Den ich nicht bekommen hab. Doch, die kriegst du. Wir kriegen geteilte Erfahrungswälde. Nein, die werden mir nicht angerechnet. Betten? Die werden mir in der Quest nicht angerechnet. Ach so, so meinst du das. Das ist ja seltsam. Ach so, der lebt noch. Ich auch nicht. Nein. Oh, so spawnen die denn, also? Ja, cool, oder? Ja, cool, oder? Ja.